ein neuer tag ein neuer booster erfolge 1149 hallo und herzlich willkommen und wir starten heute mit einer fremdwelt karte hier als erstes und zwar schuren königlicher supremat den haben wir aber sogar schon in holo blut das mikage dann pfeil auf späflug rina ganz armes mädchen trauernder engel eine sehr schöne karte vom artwork her da habe ich euch jetzt eine unterschlagen hier mann roter fantasie hält dann der wasser zauber stein eine 1000 lebenspunkte karte dann haben wir eine rare und zwar mikage sejurus spiel der träume und unsere holo heute eine super rare nice faurezia tugendhafte vampirin und ich weiß nicht ob ich das in der kamera doch man sieht hier unten die elementsymbole die sind auch so ein bisschen in holo ist mir vorher glaube ich auch noch nie so groß aufgefallen auf jeden fall auch ein echt schönes artwork bedanke ich mich bei euch wieder fürs zuschauen hoffe es hat euch gefallen und wenn ihr wollt dann sehen wir uns und dann sehen wir uns beim nächsten Mal